Hallihallo, liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Gangbeasts, gemeinsam mit Paluden-Lol. Zombay und Maudado. In der letzten Folge wurde ich verprügelt, aber jetzt weiß ich, dass ich auch eine Kopfluss verteilen kann. Warte, schnell wegmachen und wegschieben. Okay, hol dir den alten Mann. Zombay, hilf mir bitte bei dem. Der fokussiert mich immer. Ich hab keinen Spielsaun, aber egal. Ich hab auch keinen Spielsaun. Dann nimm ihn. Nicht mich! Warte, wir haben alle keinen Ton? Cool. Doch, doch. Ich hab Ton! Ich hab Ton! Ich hab Ton! Ihr seid die Besten! Kein Problem. Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Und wer hat als nächstes von uns Geburtstag? Zombay? Ich glaub Zombay. 12. Oktober ist noch lange hin. Ist du Zweiter oder Zwölfter? Komm mal her, Zombay. Was ist denn mit dem Sound los? Was? Was für Sound? Es ist so laut! Ja, Mann, aber den Sound hören alle. Es ist... Hilfe! Nee, das Gefühl hab ich auch. Ja, es ist wirklich so. Nee, nicht alter Mann. Hallo, bitte kuscheln. Okay. Bitte kuscheln. Ja, warte, ich heb dich hoch. Ja, oh. Tschüss. Kannst du nicht mehr helfen? Hilfe! Bitte! Katze, hilf mir! Oh, da ist ein alter Mann. Rette mich. Rette mich. Ich pack die wieder. Danke. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, oh, die war so gut. Oh, Mann. Danke, Leute. Oh, Mann. Ja, immer wieder gerne. Rette mich. Ja. Warum ist hier alles so laut? Jetzt hört man auch die Leute zu grabben. Ja, warum? Oh, nein. Oh, nein. Leute, es wird die Zeit für ein Wurst. Ja, ja, bei Gesamt war bei mir einfach aus. Komm her. Mach den Wirbelsturm. Mach den Wirbelsturm. Wirbelsturm. Ich weiß nicht. Ja, ich hab dich. Ja, ich hab dich. Ja, ich hab dich. Zurück. Einschränkungen. Was ist mit mir passiert? Du bist aber rausgesprungen. Du bist rausgehüpft gerade. Hab dich. Ich war in den Optionen. Ja, wir konnten nicht rausgehüpft. Hab euch. Schein bewegt man sich in den Optionen trotzdem. Niemand hat mich. Oh, ich bin... Oh, hab dich. Und jetzt ist doch noch die doofe Katze hier. Ne, ich bin nicht die Katze. Oh, es sieht aus, als wäre es jetzt einfacher, jemanden rauszuwerfen, ne? Aua. Nein, ist es nicht. Ja, das stimmt. Füß dich so an. Das kann sein, ja. Oh, ja. Nein, nein, nein. Schaffst du nicht, schaffst du nicht. Oh, nee. Hör doch auf! Fangen wir nicht so lange bewusst aus. Ja, alles klar mit was für ner Wucht. Ja, Katze. Das ist die ekelhafte Ratte. Ja, das war's mit der Folge. Vielen Dank. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte noch ein bisschen Spaß haben. Ja, es gibt eine zweite Runde. Nein. Doch, bitte. Seht ihr das genau in der Mitte, wo dem einen der Arsch gegrabt wird? Oh, ja. Ja. Und damit willkommen in der zweiten Runde. Wird Modado heute schon wieder gewinnen? Oder werde ich ihn jetzt einfach kaputt schlagen? Warte, wie ging das mit ihm? Komm her. Hallo. Ich bin so müde. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja. Er ist tot. Es ist... Oh, er ist down. Und jetzt ne fette Wurst aufzame. Oh! Oh! Nein, 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 nein. Hör auf! Nein! Nein! Ja, ja. Ich bin doch da. Warum bist du noch da? Du willst ja... Hilfe! Wie ist das passiert? Nein, 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 nein. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Und tschüss. Hau' dich hao. Hau' dich hao. Ja, ja. Hilfe! Oh, die Mega-Wurst ist da. Nicht, 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 ich will die Wurst nicht. Ich will die Wurst nicht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein! Und jetzt ne fette Wurst. Bitte von oben. Bitte von oben. Ne fette fette Wurst. Argedrückt halten. Ich schieb die Wurst rüber, Mann. Ja, mach ich. Ja, ja, und da kommt eine Wurst. Er lebt, er lebt, er lebt. Warum lebt der? Oh Gott! Unentschieden! Oh mein Gott. Ich dachte das auch das wäre jetzt die Runde wo Mordado verliert Ja, aber Mordado Nein, Unentschieden Wir haben alle gewonnen Komm her, du kleine Ratte, du! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Alter, Mordado verteilt einfach nur Schäfer So, ey, was machst du da? So, lass dich einfach droppen, lass dich einfach droppen, akzeptier es Die Ratte, die... Werd ich doch nicht, werd ich doch nicht, du hast eh keine Chance Nee, die Ratte, die Ratte darf nicht für immer gewinnen Doch Die Ratte darf nicht für immer gewinnen Doch, doch Lass dir einfach fallen Wie macht man, wie macht man so ein Head-Auer? B B, okay Oder A? B Ist das Xbox, oder? Ah ja, ne Oh Hallo? Uiii Jetzt klatsch dir mal Ich hab deine Hand, du kannst mich nicht mehr schlagen Ja Aber ich kann nicht Oh mein Gott, Alter Was für Kopfnässe Hast du irgendwie ne neue Tastenbewegung? Oh Mein Lieblings-Map Ja Steck um Aua Was bin ich für ein Opfer? Hör doch mal auf Schnell weg Ich komm zu dir, Palette Wir machen das zusammen Nein, ich nicht Ich will... Ich will zur Palette Ich seh nix Ich weiß nicht, wo ich bin Jetzt lass mich doch Aua Ah ja Tschüss Hallo Ja, blöd, ne? Oh nein Tschüss Ja, klettern wir wieder hoch Bis gleich Okay Paluten, tut mir leid Was denn? Nein, Maudado Aaaaaah Hilf mir Nein Hallo Ey, das ist doch nicht wahr Och gar komm Und so sterben wir dann Das war traurig Ich versteh nicht, was Maudado irgendwie macht Also Maudado ist einfach unfair Das finde ich auch Es tut mir leid Es tut mir leid Hallo, komm Nein, nicht hauen Ey, hör doch auf, alter Mann Michael Hör doch auf Aua Das war nice, Alter Das hat so gut getan So Stress, hä? Ja So Stress? Ja, ich such Stress Ja, dann warte Pass auf Pass auf, was jetzt passiert Siehste, ich bin tot Nein, bitte Bitte nicht schon wieder Du kleine Ey, das kann doch nicht wahr sein Ich werd das Spiel üben Ich werd in Random Lobbys reingehen Oh Oh Schieb, 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 schieb Einfach rein damit Einfach rein mit dem alten Mann Einfach in die Tonne Da, da seh ich was Jetzt mal schlafen Oh nein Oh nein Pass auf dich auf Geh jetzt auf den alten Mann, bitte Maudado muss gewinnen Maudado muss gewinnen Maudado muss gewinnen Nein Ich hab seine Stücke beendet Maudado Das war unverdient Maudado hat das nicht, nicht gut gemacht Junge, ich hab dich einfach Kaputt geschlagen Ja mich, aber die beiden anderen Die sind einfach Einfach runter Ja egal, aber ich hab einfach Delivert So und jetzt kassiert Zombie Aua Boa, Alter Maudado ist einfach Unzerrt Junge Ich deinst halt jeder Spiel nach der Folge Sowas von Ich bin einfach Ich weiß nicht, wo das passiert ist Und jetzt auf die Finger treten Nein Aua Da hast du gar nichts gemacht Tada Doch, er ist auf meine Finger getreten Mit X kannst du treten Ja Achso Und dann hat er meine kleinen Füßchen zerquetscht Äh Händchen Warum kriegt ihr solche Tassenkombinationen Es gibt halt Es gibt halt Ja, es gibt halt die vier Tasten Ich hab X dann nie benutzt Aber X ist nach hinten fallen X gedrückt halten ist nach hinten fallen B gedrückt halten ist nach vorne fallen Warte, ich teste mal B gedrückt halten, dann fahr dich nach vorne X gedrückt halten Oh ja Fahr dich nach hinten, ja Hallo Ey Sag mal Das ist doch Also Jetzt bitte nicht treten Ey Jetzt halt ich dich noch fest Sag mal Hilfe, bitte Es kippt hier alles um Ja, was seid ihr Leute Es kippt hier alles Hallo Hilfe Guck mal, jetzt kannst du X kennen und mich damit treten Um mich loszuwerden Hä? Du meinst B? Nein, X X Na dann Ah, tschüss Leute Du Du kleiner Dreckiger, ey Ich komm schon, ey Ich hatte einfach von Anfang an keine Chance Lass den aber droppen, Maudado Lass den aber droppen Ich hol den, ich hol den Du holst den nicht Ja, komm mal hier hoch Ah Ah Nein Nein Ja Ein Winn für mich Ein Winn für mich Ach, Mann Ja, runter da Auf unseren Tom Tom, wer gewinnt Auf unseren Tom Hey Auf unseren Tom Alles erreicht im Leben Einmal in Gangbeasts gewonnen Warum feiere ich nicht mich? Ich bin viel besser Jetzt, wo ist Manu? Jetzt kriegt er aufs Maul Ja, er kriegt aufs Maul Nein, warum mich? Ihr kriegt doch die ganze Hallo Das ist immer Frieden machen Ich wehre mich gar nicht Nein Jetzt, jetzt wehre ich mich Pass auf Jetzt... Du kleine, ja doof, ne? Boah, der hat sich gewehrt Ja Ja Nein, Todd ist tot Oh Gott Ich kann doch nen Unentschieden schaffen Ja, okay, dann lass machen Hallo Geht doch Bin so müde Bitte nein, geh Ba, ba, alter Mann, rette mich doch Ich weiß nicht mal wie man sprintet Wie, wie sprintet man? Warum kann man sprinten? Manu hat alles vergessen Ach, als ob Hier ist ja kein Wunder Ja, komm her Weißt du, wo man sprintet, ne? Das ist doch grad auch Und der Turnaround Oh nein, der Turnaround hat mich Oh mein Gott, nein Nein, bitte Ich war schon im Kampf Ich war im Kampf Jetzt Kopfnuss B, B, B Drück ich doch Oh nein, nein Bitte Ich brauch wieder das Kugoutfit Das war ja so unfair Nein, Zommel nicht das unfaire Kugoutfit Da bist du irgendwie unsterblich drin Ja, aber mit dem jetzigen krieg ich keinen mehr K.O Wir haben mir schlechte Ballons Ich werd auch einfach Ich werd einfach modado Abkommen Oh oh Nein, lass mich bitte Ey, auf Zommel müssen wir nicht gehen Das ist easy win Bitte das ist easy win Ok, manu, du hast gewonnen Ich geh auf Palle Einfach Nein! Nicht auf mich! Warum denn auf mich? Oh Gott! Jaja! Der alte Mann! Du schaffst ihn! Oh oh! Die Wurst kommt! Der lebt einfach noch! Oh! Maudado wurde da oben von einer Wurst umgebracht! Hier schlaf ich immer ein! Wer bin ich so müde? King of the Hill hier oben! Halle, halt mich! Ja, danke! Warum? Wir können alle hier leben! King of the Hill! Lass mich los! Nein! King of the Hill! Ja! Meins! Nein! Du bist wär! Ich wär auch mächtig geworden! Ich wär auch mächtig geworden! Oh Mann! Ich will nicht klatschen jetzt! Wär's hier easier! Oh nein, nein, nein! Bitte! Bitte! Lass mich in Ruhe! Ich will leben! Ich will leben! Hab dich! Du musst regenerieren! Nein, nein, nein! Jetzt leb ich wieder! Ich bin wieder regenerieren! Ich aber nicht! Ich nicht! Nein! Ich bin so lange bewusstlos! Ich bin so lange bewusstlos! Ich bin so lange bewusstlos! Okay! Okay! Lass mich nicht gehen lassen! Du anfing aber auch! Komm, wenn verprügelt! Lass mich nicht gehen lassen! Du willst sterben! Die Rache will mein sein! Hallo, wie lange bin ich bitte? Ohnmächtig! Alter! Oh! Okay! Frieden! Frieden! Oh Gott! Frieden hab ich gesagt! Hier gibt's keinen Frieden! Doch gibt es! Warum passiert nichts mit dir? Keine Ahnung! Warum passiert nichts bei dir? Glatzkopf du! Keine Glatzkopf! Hallo! Geh doch! Wo ist Mordado? Und wirbel! Oh! Warte! Nein! Frieden! 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 Ich bin ne Stunde! Das ist doch dieser dreckige Hund! Ich komme zum Angreifen! Oh! Er pischt sich ran! Wie schnell du stehst! Oh ja! Ja, ja, ja! Kratsch im eine, Kratsch im eine! Gute Nacht! Oh nein! Die Würste reichen nicht aus! Gute Nacht! Oh pass auf! Gute Nacht! Gute Nacht! Er hat ja der Bart! Nein! Ja schmeiß sie! Oh! Oh! Die Wurst hat ihn! Die Wurst hat ihn! Fette Wurst! Oh! Malle! Tom Bay mit seiner dicke Nour! Oh! Und er ist weg! Tschüss! sogar noch das knockout geräusch nein das ist echt schön hier kommen wir warten bis wir alle gegessen werden ich will die aufs maul hauen papi und mami streiten sich wieder direkt die erst das erste maß in die fresse gekriegt lass den in ruhe das ist mein haustier das ist mein haustier du bist mein haustier da bin ich nicht bist du bist jetzt ausgenockt warum bist du so unsterblich geht doch nein nein ich halte mich fest ich halte mich fest ich habe mich fest nein 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 leute bitte bringt euch um kannst du mich bitte in ruhe hier kann er uns nicht wie geil ist das denn einfach so ein sichtschutz damit er nicht weiß wo ihr seid greift er jetzt hin er wird immer aktiver umso länger die map geht okay dann bleibt da aber haltet euch auch fest ne ich hab's kaputt gemacht nein 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 mach dennoch wieder hin das ist die beste taktik aller zeiten geht zu zombe genau jetzt haltet ihn beide fest du monster ich meine freunde zurück er hat uns freunde genannt nein 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 das ist ja wie titanic mit der tür so jetzt geh drauf mal da du halt dich an der tür fest jetzt können wir kämpfen irgendwie hat er früher mehr gegräbt nee aber anders kommt auf die rühe der skierig der skierig oder das zerstört jetzt findet er dich nie naja cool bewegt sich doch nicht zombe ich lebe jede krabbe der macht ja nichts nämlich mit jeder hängt da fest ne 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 warum kreik der blog mich auch nicht mehr fest vielleicht bitte nur aggressionen vielleicht bitte nur aggressionen da er kommt ja ja ihr habt ihn getriggert ich war nicht akku nein ich war nicht akku nein nein halt dich fest rette ihn noch mit der bank rette ihn mit der bank ich hab ihn ich hab ihn auch da durch das ist so viel wie er ihn runterzieht ich wusste nicht dass wir das wieder spielen Oh Mann, ich hab gar keinen Punkt Aber naja Da machst du nix, ne Ich kann ja nicht immer gewinnen bei Gangbeast, Leute Das Spiel liegt mir auch wirklich, muss ich sagen Oh Mann, ey Also wirklich die letzte Ich muss mir nochmal die von einem Jahr angucken Ob ich da auch so schlecht war Ich bezweifle es Aber gut, wenn ihr bessere Spieler sehen wollt Dann guckt bei den anderen vorbei Bewertet das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Tschüss